Musik Wer hätte das gedacht, was man da mit uns macht? Sie steckten sich die Taschen voll und haben nur gedacht, sie glaubten an die Märkte und an das große Geld. Sie bauten sich ein Kartenhaus, das jetzt zusammenfällt. Eure Zeit ist abgelaufen, die Banken sind gestürmt. Wir wollten uns verkaufen und haben Schulden aufgetürmt. Wir können nicht bezahlen und das wollen wir auch nicht. Wir haben eine Lösung, stellt die Banker vor Gericht. 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 Sie zerrücken sich beim Gipfel und da speisen sie Feudal. Vorbringt von Polizisten, das finden sie normal. Sie drucken faule Noten, um die Bleibler abzuwenden. Am Ende steht sie da, wie wir mit nichts als leeren Hände. Eure Zeit ist abgelaufen, das Parlament ist abgelaufen. Wir wollten uns verkaufen und haben Schulden aufgetürmt. Wir können nicht bezahlen und das wollen wir auch nicht. Wir haben eine Lösung, die Regierung vor Gericht. Stellt die Regierung vor Gericht. Die Regierung vor Gericht. Stellt die Regierung vor Gericht. Die Regierung vor Gericht. Eure Zeit ist abgelaufen und unsere Storte schlägt. Und an euren Stühlen nach ihr lebenslang gesegnet. Und jetzt müsst ihr bezahlen, der Preis ist doof genug. Dreimal lebensdenklich für euren Wahlbetrug. Dreimal lebensdenklich für euren Wahlbetrug. Dreimal lebensdenklich für euren Wahlbetrug. Stellt die Regierung vor Gericht. Stellt die Regierung vor Gericht.